Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die in der Alpha 12 mit der nicht ganz üblichen Hinstütz-Crew, die momentan besteht aus dem lieben Wodan Grüßt euch! und dem Menjas Hallo, sehr depti! Hallo! Ich wollte nochmal sagen, wenn ihr ab und zu mal im Hintergrund den Mikrofon, weil sehr depti hat, man es leicht hört, so ein Rauschen hört Ah, hört man es? Oh, tut mir leid! Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Wir haben Sommer, ja? Wir haben hier gefühlte 40 Grad in der Bude und wir haben Ventilatoren an, deswegen könnte man das ab und zu mal hören. Und bei mir steht der auf natürlich, das heißt, der weht wie ein Wind. Der Ventilator weht wie ein Wind? Ja, der, der, der pustet, hört dann kurz auf zu pusten und pustet wieder, als wenn Wind pusten würde. Was sie sagen wollte, der weht so im Intervall. Richtig, so heißt das Wort. So, wir brauchen dringend Tello, wir brauchen Kochtopf, dass wir Tello ein... Also Tello haben wir eigentlich schon 15, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber wir haben keinen Kochtopf. Oh. Ich glaube, wir haben... Oh, Hilfe! Woher haben wir dann Tello? Von dem Fetten, den wir vorhin gekillt haben. Fett haben wir dann, wir haben noch keinen Tello, oder? Tello ist das eigentlich... Achso, Fett haben wir, aber wir brauchen... Oh, Horde, Horde! Okay, in die Hocke, in die Hocke. Sieht komisch aus, was du da machst. Ich glaube, ich kann hier durch die Decke packen, das müssen wir irgendwie absichern. Ich kacke. Was? Ich kacke? Was? Flix, ich habe nichts gesagt. Geh mal kurz beiseite, ich will da noch eine Leiter ans Ende setzen. Ja. Oh, da sitzt da schon ganz unten eine. Ne, das... Okay, hört auf. Was denn? Ups. Was denn? Ich komme hier nicht hoch. Bin ich oben? Ich bin oben. Sehr gut. Udang, komm. Ja. Udang. Hier müsste vorlaufen. Klappe zu? Habe ich. Warte mal, ich muss... Ich kann sie nicht verstärken. Wir müssen das noch schöner absichern hier, die Kanten. Wir müssen hier noch ein bisschen Erde rausschlagen. Dann müssen wir nur die Platten hinlegen. Einfach diese Platten hinlegen. Diese Metallplatten oder Holzplatten. Ja, ja, aber ich würde hier gerne noch Holz rummachen, weil die Klappe ist nur von einer Seite gesichert. Aber das machen wir gleich. Oder in welche Richtung geht es zur Stadt? Wir wollen in die Stadt. Suden. Suden. Und dringend Licht. Ja. Der Himmel ist so trüb. Was haben wir uns für ein Gebiet ausgesucht? Hier ist ja nur ein Scheißwetter. Es wird gerade neblig. Ja, es ist schon wieder wüster und... Ich höre einen Bär. Oh Mann, ey. Nee, Bären mag ich nicht. Bären sind scheiß... Was ist das? Wo ist er? Da ist ein Zombie. Der links auf der Straße ist er. Okay, ab mir hocke. Habt nicht so ne Angst. Wir müssen, wenn der Bär uns verfolgt, wir müssen dann einfach durch Zombies durch, weil dann krallt er sich die Zombies und lässt von uns ab. Dein Wort in... Nein, ist so, wirklich. ...wo da ans Gehör sein. Ja. Seid ihr hinter mir? Ja, ihr seid hinter mir. Ich komme. Müsste gleich aufploppen. Gleich aufploppen. Ich glaube aber, wenn ein Zombie auf Stufe 1 ist, ist es ein bisschen leichter, ne? Ja. Wenn da übrigens ein Patch kommen sollte, wie ihr mit Moldus gesagt hattet, ein bisschen leichter macht, dann machen wir natürlich die Schwierigkeitsgrad Stufe wieder höher. Das ist wohl klar. Aber ich glaube, Jackie kommt aus dem Urlaub wieder. Acht Folgen später und wie viel habt ihr geschafft? Na ja, wir haben jetzt ne Forge. Ja, was? Das wird passieren. Ja, was? Was? Warte, ein Forge? Wollt ihr mich verarschen? Wo ist mein Rad? Genau, wo ist mein Minibike? Genau. Was, Richtung Süden hast du gesagt? Ja. So gar nicht, sind wir nicht da? Ich muss mal... Ich hab keine Ausdauer. Ich auch nicht. Und da ist ein Zeher. Warum ist denn hier so dunkel? Wir haben Zehner aus. Und da müssen wir eigentlich auch hin. Weil es regnet. Ja, wir machen einen Bogen um den Bären. Jetzt erzähl. Wir laufen hinter ihm vorbei. Und wir haben auch ganz in der Nähe, ich glaube in der letzten Folge habe ich es schon erwähnt, haben wir ja eine Wüste. Das heißt... Wir können Juckern so besorgen. Ja. Richtig. Kohle an der Erdoberfläche, finde ich cool. Wollen wir die gerade klopfen? Mh... Der Bär kämpft jetzt gerade. Können wir auf den Weg weg mitnehmen. Ja, komm, dann klopfen wir die. Lass uns den Tag... Nee, dann lass uns die doch gerade schnell. Wenn wir alle zusammenklopfen, geht das doch flink. Das stimmt, da gebe ich dir recht. So, Wodan, dein Einsatz. Schwierig. Wichtig. Sehr gut. Also, ach genau, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Das hat jemand in den Kommentaren geschrieben, wir würden Wodan, äh, wie hieß das Wort? Entpersonalisieren. Genau, also dass er praktisch gar nicht so vollwertig dabei wäre. Nein, Wodan ist extrem zurückhaltend. Wenn der mal loslegt, da wollt ihr, dass er aufhört. Das kann passieren. Nein. Also Wodan ist ein vollwertiges Mitglied der Hinschuss-Crew und der hält sich einfach nur zurück. Das macht er schon seit Anfang an der Let's Base. Aber es werden auch Zeiten kommen, wo er aufgeht. Wodan ist schüchtern. Genau, Wodan ist schüchtern. Wodan, das wäre jetzt sein Stichwort gewesen. Schwierig. Schwierig. Ja, genau. So. Sehr gut. Genau, läuft doch. Muss man auf einer random... Mal ernsthaft, also wir haben drüber gesprochen und Wodan findet es auch gar nicht schlimm. Wodan ist nicht nur mein Ersatzhase. Schwierig. War ja gerade ein Spucker. Mensch Wodan, das muss aber noch besser werden. Mann, 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 das üben wir nochmal. Jack hat gesagt, das würde funktionieren mit dir. Ja. Echt. Hier ist das erste Haus. Was? Wo? Ich sehe kein Haus. Lügen. Oh ja, da. Ich sehe nur Berg. Wo? Links. Links vom Berg. Rechts, links. Das ist ziemlich eingenehbelt. Oh ja, das sieht gut aus. Lauf, Juri, lauf. Ich muss schneller sein als die Jungs. Ach so. Ja. Hallo, das Beste bin ich, Lauf. Lauft. Ich muss einen Screenshot machen. Ich habe aber keine Luft mehr. Okay, schnell wieder einblenden. Was ja noch Unglück gibt mit Minyas. Und der Zuschauer sagt, Mensch, mach deinen Screenshot später selber. Komm mit. Da ist ein Zombie drin. Okay, lass ihn rauskommen, lass ihn rauskommen. Warum denn? Naja, weil in den Raumkämpfen schwieriger ist als auf... Ei, ei, ei. Okay, ihr kümmert euch, ne? Okay, da kommt noch einer auf der Straße. Hinter dem... Nee, kommt nicht. Okay. Verzeih, die Pille brauchen. Couch nehme ich mit Brennmaterial, ne? Ja, sehr gut. Und Bilder. Ja. Stoff für den Vorhang. Können wir uns Klamotten machen? Was? Wie die Entrümpte, ey? Soll ich mal was zumachen? Soll ich mal irgendwas in die Tür stellen? Ja, ich mach die Couch. Hörnsturz entrümpelt alles. So, ich hab mit Couch Erfahrung. Ich hab ein Boot gefunden. Das war schon mal gut. Sehr gut. Ich geh hoch. Ich bin oben, wenn mich jemand sucht. Ja. Also soll mich schon suchen. Dann soll er mich schon suchen. Ja. Bist du jetzt auf dem Dach sozusagen, ja? Nee, erster Stock ist noch hier. Ja, da bin ich auch. Okay. Ich hau die... Ich hau die den Stock ab von dem Vorhang. Okay. Damit wir unsere Höhle heimelig einrichten können. Okay, alles klar, mach das. Alter, Stein ist immer so auf Dauer. Ja, ja, ist irgendwie ungemütlich. Und Bett? Soll man ein richtiges Bett mitnehmen? Ja. Aber dann entwerfst du sozusagen deinen Schlafsack, wenn du den jetzt mitnimmst, ne? Nein, wenn ich das Bett mitnehme, passiert noch gar nichts. Erst wenn ich es wieder setzen würde. Und dann nimmt das Bett mit. Hab ich gemacht. Oh, hier muss mir jemand helfen. Wegen Gegnern oder wegen was Aufkloppen? Im Keller, ja. Ich muss immer sagen, dringend oder so. Weißt du, das ist der Hinweis, der wichtig ist. Nicht, dass man dich da oben irgendwie hängen lässt. Ich komm runter. Wir kommen beide runter. Oh, da ist schon Kautschall weg. Das ist nicht gut. Was ist denn da? Die kommen hinten rum rein. Warte. So, wo gehst du denn runter? Hier geht's denn da. Bin da, Bruder. Ja. Das Ding ist gleich kaputt. Der Wand einschlagen, nicht sinnvoller. Oh, Hilfe! Wollen wir uns erst noch um die Zombies kümmern, Bruder? Ja, das wäre eine gute Idee. Ich hab mich jetzt besucht, jetzt gleich. Okay, bin da. Ich hab sie schon getötet. Geh weg. Noch jemand? Geh weg. Geh weg. So. Gut, dann wollen wir nicht die Wand aufschlagen? Macht das nicht mehr Sinn? Ne, wenn wir zu dritt auf die Tür einschlagen, geht das schnell. Together we are strong. Sagt sie, sie repariert erst mal ihre Axt, ne? Ja, sie repariert jetzt. Okay, Licht. Okay, brauchen wir nicht. Ich seh meinen Arsch. Häng mal deine Fackel so lange an die Wand. Guck zum Einklang. Ich seh noch was? Ich seh nix. Ich seh nix. Korb war das ja. Brauch ich den Eingang mal sichern mit einer Kautstelle? Ihr haut euch gegenseitig. Ich hab euch nicht gehauen. Ich komm zu weit vorne. Nö. Sicher bei dem Eingang. Das ist mir nix. Ja, Saves gehen auch nicht mehr so einfach auf. Wie ihr gerade merkt, wir klopfen nur auf einen Safe. Das macht man auch so. Also richtige Safe-Neckern machen das ähnlich. Nehmen sich so eine Scheinart. Stopp. Okay, war nicht viel drin. Ups, Dunkel. Ich seh nix. Ja, jetzt. War hier sonst noch was? Ne, ne? Ne. Ich glaube nicht. Also ich weiß es. Ich seh es ehrlich gesagt nicht. Hallo, Gore-Block. Hier ist alles gelootet. Dann gehen wir vorne wieder raus, ne? Vorne wieder raus. Und was machen wir in die Türen? Lassen wir die Couch. Ne Couch. Ja. Ich hab ne Lehne. Komm raus, Bruder. Okay, alles. Vorsicht, Zombie rechts. Okay. Eieieieieiei. Oh, fuck. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, jetzt. Okay. Nächstes? Ja. Ich bin schon im nächsten Haus. Gleiches Schema. Hol mir dich nen Keller rein. Äh, ich komm nicht rein. Du kommst nicht durch, ne. Also Front. Ja, man kann nicht mehr eine Höhe durch. Also man kann nicht mehr durchblätschen. Au. Vielleicht hätten wir doch lieber einen Link. Ne, ist auch ein Metall. Das kommt aufs gleiche Haus. Müsst du eure Ex sind nicht ripper hin? Ich muss meine dauernd reparieren. Doch, 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 doch. Hab ich schon gemacht. Das war kurz nach dem Tresor. Guckt jemand ab und zu mal nach hinten? Ja, da sind noch fünf. Ich geh mal ins Auto gucken. Das geht ja nicht. Oh, ich hab Reppenrepair-Kits gefunden. Reppenrepair. Reppenrepair-Kits. 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 Was steht denn da davor? Ein Tisch? Ups. Meine Axt. Ja. Komm, 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 komm. Ich komm nicht drüber. Da kommt gleich. Da kommt was. Das geht aber nicht. Du kommst auch nicht drüber. Du kommst nicht drüber. Wir müssen den kaputt schlagen. Nein, müssen wir nicht. Doch. Ich stecke fest. Wo ist meine Axt? Ich komm mit zu dir, Bruder. Ich helf dir. Er brennt. Ich brauche eine Antibiotika. Ist das eklig. Immer diese Slow-Mo. Weißt du, die so theatralisch lassen sich fallen. Wo kommen die denn jetzt alle her? Okay, go for it. Ich finde es aber gut, dass die Ausdauer beim normalen Klopfen läuft. Kann das sein, dass da gerade eine Horten läuft? Eine kleine? Habt ihr alle eine Bandage? Ja. Nee. Ich merke mich gerade, dass ich keine am Start habe. Ich habe keine mehr. Ich habe meine schon aufgebraucht. Oh, was zu trinken hat jetzt da. Schon war gar nichts. Kaffee. Okay. Dann die Tür brauchen wir hier. Oder ich bin an. Egal, wie man so auf. Hat jemand die Tür gesichert hinten? Ja, mit Stoff. Okay, prima. Ja, aber hat er schon durch. Achso, du wolltest dich auch links hinstellen. Das war die Runde. Okay, alles klar. Auch eine Ranch. Okay, die Kiste saßt du schon? Ja. Wart ihr schon oben auf dem Dach? Nein, wir sind im Keller. Ich habe Angst. Da kommt, da ist eine Horde. Der Druck, schnell raus. Ja, raus. Schauen wir uns noch. Ich denke schon. Und das tue ich ja egal. Und hier ist nein. Ist das leer? Hab ich, hab ich. Da war ein Saftel auf jeden Fall. Runter. Ah, die sind schon drin. Okay. Oh, shit. Komm, in den Keller. Keller, Keller, Keller. Ja. Ab in den Keller, sendet die euch schon rein. Nee, ich komme nicht vorbei. Okay. Okay. Wie sie sich schon hinlegen, ne? Aber die Zombies gehen jetzt echt besser kaputt. Das war voll wirklich schwierig. Brauchen Sprint. Äh. Wo sind die denn jetzt alle? Ich hab reingekrochen. Da kommt ein Zombie. Bei dir. Oh, weg. Echt schwer. Noch einer. Komm, dann gehen wir hoch. Ja. Lass ihn runterkommen. Aber warum fällt der dann so runter? Der taumelt. Oh, Beinbruch. Ich bin nur bei, Herr Satt. Dann geht's ja. Gut. Noch einer. Und raus. Eine Couch wieder reinstellen, oder? Ja. Hast du eine? Obwohl, die ist offen. Komm, wir wissen, dass wir da waren. Nee, stell doch eine Couch rein, dann haben wir das richtig gemacht. Okay, hab ich. Regen gegenüber das? Ja. Toll, die Beine gebrochen. Hast du, hast du einen Splint? Ja, hab ich. Aber man ist halt trotzdem langsam. Ah, herauf jetzt. Sorry, habt ihr einen Sedan ab da schon, ja? Ja. Ist der Stein jetzt besser abgeklopft oder die Tür? Wenn es riecht mit Halles. Na, komm, zurück. Sende bitte ihn, komm, zurück. Nee, ich bin hier oben. Ich sichere dich für. Ich hab einen Topf gefunden. Ich hab nichts zum Sichern. So, was zum Anziehen hab ich immer. Okay, dann looted du oben, wenn wir die Tür offen haben. Ja, mach die unten mal. Mir hält's. Komm, ich guck mal ganz kurz. Nee, hier ist noch niemand. Bin mir nicht sicher, ob Stein doch schneller gewesen wär, aber... Ja, ich glaub auch. Muss reparieren. Keine Ausdauer. Guck mal, hab ich was zu dringend gefunden? Ich hab ein Forge-Buch gefunden. Nein, echt? Ja. Oh, wie geil. Das ist ja spitze. Oh, super. Vielen Dank, lieber Let's Play Gott. Was jetzt übrigens auch neu ist, wenn du eine Schematik oder so schon kannst, ist ein gelbes Symbol oben, rechts oder links. Ich glaub, links zu sehen. Das heißt, du weißt sofort, ob du das schon kannst oder nicht. Muss mal irgendwas, was soll ich denn rein? So, und ich hab auch schon so ein blaues Rohr gefunden. Blau-Rohr. Ich hab blaue Kloss-Kloss gefunden. Oh, ja. Oh, Schillier-Rohmort immer. Oh, wir haben eine Forge. Ich bin so glücklich. Ja. Geil, ne? Im gesamten Livestream, über insgesamt, in beiden Livestreams, über acht Stunden, haben wir ein Forge-Book gefunden. Ja, haben wir jetzt eins. Reicht doch. Oh, wie geil. Danke sehr, Rippti. Hier kommt jemand rein. Hier ist jemand drin, oder? Das war nur Loot-Glück. So. Leck Arme. Da-da-da-da. Wie stabil ist denn? Oh, der ist einfach. Muss vorne absichern. Oh, Tabletten. Ich muss mal gucken. Möchte jemand eine Baseball-Cap haben? Ähm. Und ich hätte ein lilanes Tanktop. Ich hab jetzt keine Couch mehr. Hast du was reingestellt, oder? Ja, ist das drin. Einen Tanktop hab ich. Ich hab noch ein Bandana. Hab ich noch ein Graus. Also, wenn, wenn das keiner haben möchte, mach ich da draus, ähm, Stoff. Ja, mach das. Wenn sich das nicht lohnt, Minias. Ja, das sind die Dresore, sind schwierig, ne? Soll ich runterkommen mit Klopfen? Ja, wenn du oben fertig bist, ja. Ich bin hier oben eigentlich fertig, ja. Nee, warte, hier ist noch ein Badezimmer. Oh, Ausdauer. Die sind am Vordereingang. Gott, das ist ja dunkel drin, ey. Hatte ich nicht eben leeres Glas, doch hier vier Stück, sehr gut. Ich hab keine Ausdauer, verdammte Axt. Oh, ich hab ja einen Wuppen Club mit. 1,92 ist ja lächerlich. Machen wir mal einen Wuppen Club, das ist besser als die... So, ich hab jetzt als die Leere noch. Ja, die sind besser. Als die, ähm, als der Rest. Ja, du hast eine Chance, dass sie sich... Ja, 5,43 ist auf jeden Fall ein Schaden. Jetzt hab ich wieder Ausdauer, als es geht. Wie nach Beilhaisert, weiß ich, wo verbrauch ich meine Energie doch relativ zügig. Naja, bei mir auch. War das jetzt Brass? Nee, das war natürlich kein Brass, verdammt. Doch, das ist Brass. Sehr geil. Ich hab gleich mal den Dings hier abgeschlagen, den, ähm... Muss man pillen nehmen. Komm ich da dran? Nee, komm ich nicht. Doch! Aber... Boah, der Gun-Safe, ey, der zweite Safe schon. Das Ding brauch ja ewig... Ja, warte, ich komm runter, ich rief aus. Ähm, wo geht's denn hier runter? Hier. Ich bin überlegen, ob ich mir nicht eine neue Steinleifte beherstellen sollte. Macht mehr Sinn, weil läppet's ja auch kurz. Ja. Ja, ich hab's auch mal kurz. Ey, ich hab's schon. Ich muss nicht kommen, da funktioniert's. So. 3,53... 3,01, ja. So, gut. Dann raus hier, oder? Ähm... Kann jemand die zwei Gläser mitnehmen? Ja. Aus dem, äh, Basket? Zombie! Ja. Komm zurück. Na? Na? Hast du den? Okay, hab ich... War ein Hirsch oder was? Das ist doch ein Hirsch. Den haben wahrscheinlich die Zombies getötet. Den hab ich nicht gegessen. 20 Uhr haben wir übrigens. Okay, dann laufen wir jetzt zurück, oder? Na ja, wir schlagen hier noch die Tür ein von der Garage, würd ich sagen. Warum kann ich denn? Wo seid denn ihr? In der Garage, nebendran. Garage. Da ist hier nix, oder? Essen, trinken, ein bisschen. Oh, hier ist noch was. Ne, ein Reifen. Hab ich übersehen. Das ist so dunkel hier. Nehmen wir noch eine Hütte? Würden wir noch schaffen, oder? Ja, wir müssen noch ein bisschen Zeit. Warte mal, hier den Gegner. Komm, lass uns doch zurücklaufen. Wir haben ja jetzt ein bisschen was zu tun. Es wird sonst zu eng. Ich brauche Hilfe. Wo bist du? Okay, alles klar. Danke. 87 ist nicht gut. Okay, dann, ähm, ich kann nicht rennen, weil ich keine Ausdauer hab. Na, bei mir geht's auch relativ schnell runter. Aber wir brauchen noch ein bisschen Holz, ne? Ich hab unten vorhin was in die Kisten gepackt und ich hab, ähm, 58 Holzplanken in der Tasche. Ich hab auch den guten Klapp nicht verwendet, weißt du? Das ist ein bisschen dämlich gerade. Aber ich hab schon wieder keine Ausdauer, weil ich halt beigehäsert bin. Das Licht ist voll komisch, wenn es regnet. Naja, ich hab, ich hoffe, das wird ja auch mal hell in den Biomen. Nee. Das ist nicht immer so dusch da. Ich hab grad Atril, weißt du? Wartet auf mich. Oh je, bist du echt zu langsam. Ja, ich hab das Bein gebrochen. Der Beinbruch. Ihr könnt mich ja auch mal tragen, Geist. Ja. Bitte. Ich könnte mir ne Sänfte machen. Wir können dich rollen. Ich warte, bis ihr mit dem Minibike fertig seid. Hier ist, ähm, hier ist ein, ähm, hier sind Eier drin. Möchtet ihr jemand mitnehmen? Ich nehm sie mit, komm. Komm mal, 21.15 Uhr, das ist ja keine Sommerzeit. Ein Bär, hör ich, glaub ich, oder? Das ist der auf dem Rückweg, äh, Hinweg, mein ich. Wartet auf mich. Nein. Ah, nein. Rotes T-Shirt. Wartet auf mich, bitte. Ich kann mich so nicht allein lassen. Scheiße, wie lange dauert dieser Beinbruch. Hey, komm jetzt noch das Wasser hier rein. Ich glaub zwei bis drei Tage, oder? Zwei Endgame-Spiele. Ja. Stimmt, wenn wir jetzt noch das Haus gelootet hätten, wär ich mit meinem Beinbruch, wär ich ganz schön... Ja. Wie weit ist es noch? Zwischen da? Nein, ernsthaft? Ich weiß nicht, ob ich es bis 24 Uhr schaffe, ich muss ehle dich verrecken in der Wüste. Nur noch über die... Dabei sind wir gar nicht in der Wüste. Nein. Ja, ja. Ich fühl mich grad so, weil die Hitze hier im Wahnleben so... Mhm. Oh, Bär, Bär, Bär. Läuft genau auf mich zu. Luft. 30 Sekunden ist, glaub ich, eingestellt. So, Höhle, die hab ich markiert, gell? Ach, ne, ich dachte, ich wollte Richtung nach Hause rennen, das ist natürlich fatal, weil das ja unter der Erde ist. Ja, ich muss mir die Höhle auch mal markieren. Oh, hier sind ganz viele Zombies und ich bin ganz langsam... Denk dran, wenn du den Bären am Arsch hast, versuch in Zombies zu rennen, dann kümmert er sich nämlich um die Zombies. Gott, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, rechtzeitig nach Hause. Ich find die Höhle nicht, verdammt. Schreck nicht, ich laufe drauf zu. Hier liegen tote Zombies, wieso? Weil der Bär so wahrscheinlich gefressen hat. Ja, vermutlich. Ich glaub, da hast du Bär. Hier ist ein Kriecher. Da hast du Bär. Und du kannst nicht rennen. Pssst, ich kann nicht rennen. Ich werde gleich... Nein, schlag den, schlag den Zombie, ich steh beim Zombie. Kämpf mal gegeneinander, Jungs. Kämpf gegeneinander. Ich bin gespannt. Wir kommen zu Hause. Ja, ich bin... Immerhin bin ich unten. Oh, dann schalt mich an dich. Ja, du weißt, wo die Höhle ist. Ich denke, warte mal, bin ich jetzt... So, ich bin unten. Ich gucke mal, was ich dabei habe. Ich bin unten verloren. Nee. Scheiße. Nee. Wo ist denn? Gute Frage. Soll ich an den Eingang kommen, dass ihr das seht? Ja, bitte. Also, wir müssen noch ein bisschen... den Auf- oder beziehungsweise Untergang hier in die Höhle. Das müssen wir irgendwie markieren. Nicht nur das, wir müssen... Wir müssen an die Hütte hinstellen. Wie wäre es denn, wenn wir die Schlafsäcke oben unter die Klappe setzen? Nein. Wo bist du? Ich bin auf dem Weg. Habt ihr mich getrackt? Nein. Ich sehe dich auf der Map. Dann track mich. Jetzt bin ich unter der Klappe. Ach Gottchen, da hinten. Wie kann ich ran? Hallo? Ich höre die Klappe. Ich höre die Klappe, aber ich sehe sie nicht. Da ist Houdan. Ja, da ist sie. Es verschwindet in der Erde. Ich kann nicht laufen, verdammt. Nee. Ich dachte, ich würde hier von ihm durchpacken. Wo ist sie? Sie läuft nicht. So. Mann! Vor der Nase die Klappe zugemacht. Ich hab zugemacht. Ah, Scrap Metal. Sehr gut. Na gut. Haben wir es geschafft. Sind wir schon wieder am Ende? Wir sind bei 27 Minuten. Seht ihr, Leute? Wir haben überzogen. Nur für euch. Du Geisterstunde. Und da haben wir dann auch gleich 0 Uhr. Ihr habt's gehört. Das war der Superton. Die Zombies kommen jetzt. Und wir verziehen uns. Und ich seh nix. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Daumen oben, Daumen unten. Abo dalassen oder auch nicht. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.